Ja, wer sind wir eigentlich? Wir sind die Buffs. Mein Name ist Buff. Eine Werbeagentur. Eine Full-Service-Agentur. Wir sind Werbung. Wozu eigentlich Werbung? Stellen Sie sich vor, Sie betreiben erfolgreich Kali-Werkbau. Sie sind sehr engagiert in Ihrer Region und fast alle mögen sie. Trotzdem bewerben sich zu wenig Azubis bei Ihnen. Ja, was tun? Schritt 1. Aufräumen. Machen wir doch erstmal ein Konzept. Wofür steht das Unternehmen? Woran müssen wir uns halten? Wie sieht es regional aus? Wo endet diese Region eigentlich? Und ein Bären. Also ohne Bären geht es halt nicht. Wir haben die Motive der Kampagne in unserem Konzept entwickelt. Die müssen jetzt umgesetzt werden. Dafür haben wir unser Netzwerk an Kreativen. Mit einem Fotografen, der die Bilder dann für uns macht. Kraftvoll, ehrlich, authentisch. Und Zielgruppenorientiert. Und jetzt muss die Botschaft in die Welt. Das ist das, was wir so machen. Wofür. Wofür.